Hallo, herzlich willkommen. Heute mache ich ein Rezept mit Dora de Royal. Die heißt Fisch in der Pfanne. Jetzt werde ich putzen und Schlitze machen. Ich habe den Fisch gereinigt und aufgeschnitten. Jetzt kann er mariniert werden. Für die Kochen von Fisch in der Pfanne sind Kurkumapulver, zwei Handvoll volle Schaloten, zwei Tomaten, halbe Zitrone, Knoblauch und Ingwer. Kokosöl und Kokosmilch. Zuerst marinieren wir den Fisch mit Kurkumapulver, Salz, Zitrone und Pfeffer. Normalerweise verwenden wir Bananenblätter, um dieses Rezept zu kochen. Statt in einer Pfanne zu kochen, bedecken wir den gebratenen Fisch und die Masalas mit Bananenblättern und breiten ihn an. In den Schlitzen gut marinieren. 30 Minuten beiseite stellen. Wir müssen Schaloten, Tomaten, Ingwer und Knoblauch hacken. Kokosöl in einer Pfanne erhitzen. Wir legen den Fisch in die Pfanne und breiten ihn drei Minuten lang auf beiden Seiten. Der Fisch ist jetzt fertig. Nehmen Sie ihn aus der Pfanne. Die Schaloten in dieselbe Pfanne geben und anbraten, bis sie für Hälfte gekocht sind. Salz hinzufügen. Dann Kokosnussstücke. Dann verkleinerten Ingwer und Knoblauch hinzufügen. 5 bis 7 Minuten lang sortieren. Dann Curry Blätter. Dann Curry Blätter. Masalas hinzufügen. Masalas hinzufügen. Masalas hinzufügen. Pulver. Und Korianderpulver dazu geben. Noch 1 Minuten anbraten. Dann Kokosmilch hinzufügen. 100 Milliliter frische Kokosmilch. Gut mischen. Teilen Sie die Masalas in zwei Positionen. Decken Sie beiden Seiten der Fische mit den Masalas ab. Die Masalas hinzufügen. Die Masalas hinzufügen. decken sie die masala beide seiten ab decken sie den fisch ab und kochen sie ihn fünf minuten bei mittlerer flamme das ist fünf minuten ist es fertig Dies ist ein klassisches und berühmtes köstliches südindisches Rezept. Bitte probieren Sie dieses Rezept aus und geben Sie Feedback. Bitte vergessen Sie nicht meinen Kanal zu abonnieren, Sie mögen und zu teilen. Vielen Dank!